Ja, moin liebe Borussen, es ist wieder Sonntag. Ich habe mir gedacht, auf den Sonntag, auf den zweiten Advent, mache ich nochmal ein Ranking. Heute geht es um die besten Mittelfeldspieler im zentralen Mittelfeld, also 6er, 8er, 10er, die Borussia in den letzten 20 Jahren je gesehen hat. Ich werde wieder ein Ranking machen. Da sind einige interessante Spieler dabei, auch einige Flops. Es war ja so, dass wir von, ja, das nehmen wir 99 noch mit, dann hatten wir zwei Bundesliga-Jahre in den Jahren von 2000 bis 2010 drin. Also zwei Zweit-Bundesliga-Jahre, waren immer abstiegsgefährdet, waren ständiges Hin und Her, viele neue Spieler. Wir waren des Kaufhofs des Westens noch unter Dick Advokat. Das war eine schwierige Zeit und 2010 bis 2020 waren wir halt extrem erfolgreich. Zweimal Champions League, ja, immer um die oberen Plätze mitgespielt, tolle Transfers gemacht, auch tolle Verkäufe gemacht. Das war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Das wird sich natürlich auch im Ranking widerspiegeln und unser Shop macht nächste Woche zu, wenn ihr noch was braucht. Link ist unten drin. Und jetzt starten wir rein ins Ranking. Ich erkläre euch kurz die Rangliste. Also Kreisliga ist absoluter Schrott. Das war nix. Sportlicher Abstieg ist so, boah, sportlich war das schwierig. Klassenerhalt, ja, da haben wir, der Spieler hat uns noch ein bisschen was gebracht, also hat eine ordentliche Leistung abgeliefert. Und Europapokal, ja, war ein ganz, ganz starker Spieler und Fohlenlegende. Das sind die Kategorien, wo ich einteilen werde. Und wir fangen bei allem an. Igor Demo von 99 bis 2005 bei uns gespielt. 31 Tore, 9 Vorlagen in 153 Spielen. Ja, wird wahrscheinlich, wird, glaube ich, auch bei einem Legendenspiel dabei sein. Deswegen passt das auch ganz gut, das Ranking. Ich glaube, er gehört ins höchste Tier, also in die höchste Kategorie, weil er für seine Zeit eigentlich schon mit ein stärkster Spieler bei uns war, wenn man das berücksichtigt. Ja, hat uns, glaube ich, auch wieder mit in die Bundesliga geführt von 99 bis 2000. Und deswegen gehe ich mit Igor Demo als Fohlenlegende. Bei Markus Hausweiler sieht die Sache anders aus. Der war von 95 bis 2005 da. Ich fand den sportlich nie so gut. Hat zwar einige Spiele für uns gemacht, auch ein paar Tore, aber das war schon eher, fand ich, schwierig, sportlicher Abstieg. Peter Nielsen, da bin ich mal auf eure Einschätzung gespannt, weil ich, der hat 210 Spiele für uns gemacht, war von 92 bis 2002 da. Ja, aber ich kann mich kaum noch an den erinnern, ehrlich gesagt. Also da fällt es mir ein bisschen schwierig, aber der hat, wie gesagt, 210 Spiele gemacht, 12 Tore, 20 Vorlagen. Ich würde jetzt mal nicht so weit gehen, dass es eine Fohlenlegende ist oder Europapokal, aber sportlich war der, denke ich, ganz in Ordnung. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Spieler, Per Kluge. Per Kluge kennen wahrscheinlich noch alle, geiler Typ, von 2001 bis 2007 da, 147 Spiele, 9 Tore, 16 Vorlagen. Gehe ich mit Europapokal. Reicht nicht sportlich für Fohlenlegende aus meiner Sicht, aber Europapokal-Kategorie ist er definitiv. Genauso wie Ivo Ulich aus meiner Sicht. Ivo Ulich war von 2001 bis 2005 da, 129 Spiele, 11 Tore, 9 Vorlagen. Da gehe ich auch mit Europapokal, mit Ivo Ulich. Ja, auch ein geiler Typ. Jetzt kommen wir zum ersten Kreisliga-Kicker aus meiner Sicht, der in die Kategorie Kreisliga muss. Enrico Gäde war von 2002 bis 2005 da. 40 Spiele hat er gemacht, kam nix bei rum, kein Tor, keine Vorlage. Ist ja auch nicht die Aufgabe des Sechsters, aber ich kann mich daran erinnern, dass das ziemlich schwierig war. Und ist für mich Kreisliga, klare Kreisliga. Dann Thomas Bräuch. Ich fand den damals bei uns gar nicht schlecht, muss ich ehrlicherweise sagen. Von 2003 bis 2006 hat er bei uns gekriegt, 42 Spiele, 4 Tore, 9 Vorlagen. Aber ich glaube, ich würde Peter Nielsen nicht gerecht werden, wenn ich Thomas Bräuch in die gleiche Klasse tun würde. Ist dann auch nicht mit uns in die zweite Liga gegangen. Ja, sportlicher Abstieg, Thomas Bräuch. Boah, Eugen Polanski. Eugen Polanski tue ich mich unheimlich schwer mit, weil der hat von 04 bis 08 bei uns gekickt. 54 Spiele, ein Tor und vier Vorlagen. Aber der war nie Stammspieler. Der hat es bei uns einfach nicht gepackt. Muss man so ehrlich sein. Ist natürlich jetzt ein richtig geiler Typ bei uns. Ist mit uns auch in die zweite Liga gegangen, ist dann aufgestiegen und nach dem Aufstieg ist er dann weg. Aber war auch in der zweiten Liga überhaupt kein Stammspieler. Und deshalb muss ich ihn, glaube ich, in sportlichen Abstieg packen. Aber ich gehe mit Klassen halt. Das tut mir sonst zu weh. Das tut mir sonst zu weh. Aber wie gesagt, der war bei uns nie wirklich, hatte sich nie wirklich durchsetzen können. Was auf jeden Fall wieder Kreisliga ist, war Bernd Theis. Der war von, wo haben wir ihn? Ich glaube, der war unter der Dick-Advokat-Zeit da. Zwei Jahre, 47 Spiele, null Tore, zwei Vorlagen. Unser Rotschopf. Das war gar nichts. Das war schlecht. Bernd Theis, ey. Boah, was ein Spieler. Ja, das waren schwierige Zeiten unter Dick-Advokat. Ja, Bernd Theis, klare Kreisliga. Genauso wie Nils oder Kamphuis. War auch unter Dick-Advokat, auch nur ein Jahr da. Ja, das ging auch gar nicht. Hat auch nur 13 Spiele, glaube ich, gemacht. Ja, 13 Spiele, eine Vorlage. Da ging wenig, auch für mich, klare Kreisliga. Alexander Baumjohann war von 2006 bis 2009 bei uns. Hat eine überragende Saison gespielt. Maßgeblich dazu beigetragen, dass wir die Klasse gehalten haben. 08, 09 mit drei Toren, neun Vorlagen. Aber mehr als Klassenerhalt reicht es dann nicht. Ist dann nach Bayern gegangen. Und das war sein sportlicher Untergang. Hätte mehr daraus werden können. Boah, und jetzt kommt's. Frederico in Zua, der wird auch beim Legendenspiel dabei sein. Also ich sag mal so, der hat 32 Spiele gemacht in der Saison 06, 07. Zwei Tore, zwei Vorlagen. War, glaube ich, damals mit der teuerste Transfer, den wir jemals getätigt haben. Dafür war es extrem wenig. Wie gesagt, wir sind dann auch abgestiegen. Also, ich tue mich schwer, den sportlich Kreisliga zu packen, weil ich ihn doch besser fand, als die Herren, die hier drin stehen. Ich würde ihn in sportlichen Abstieg packen. In sportlichen Abstieg packen. Frederico in Zua. Eine wahre Gladbach-Legende. Also von dem hätte man sich auch wirklich alles erhofft. Da haben wir wirklich gedacht, jetzt kommt der große Fußball im Großartpark. Aber, nee, das war es dann doch nicht. Dann haben wir Sebastian Zwerth. War von 2006 bis 2009 bei uns. 29 Spiele nur gemacht. Das war nix. Das war Kreisliga. Das war Kreisliga. Und dann Koulibaly. Kampf von Freiburg. Eigentlich ein geiler Typ. Hatte eine überragende Wumme. Also einen extrem starken Schuss. Von 07 bis 09 bei uns. Hat eine gute 2. Ligasaison mitgespielt. In der 1. Bundesliga hat es dann nicht mehr gereicht. 3 in 3 Spiele, 3 Tore, 6 Vorlagen. Aber ich glaube, das reicht auch nicht für Klassenerhalt. Ich glaube, das reicht für mich nicht für Klassenerhalt. Ne. Was allerdings für mich für Klassenerhalt reicht, definitiv, ist Patrick Powell. Hat für 07 bis 09 bei uns gekriegt. Hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir wieder aufgestiegen sind im zentralen Mittelfeld. Ja, 9, 5 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen. Ja, 2 ordentliche Saisons für uns gespielt. Und das ist für mich klarer Klassenerhalt. Was wieder Kreisliga ist, ist Gallalbermann. Das ging wieder gar nicht. 16 Spiele auch nur gemacht. 0 Tore, 1 Vorlage. Da ging wieder nichts. Das war ein absoluter Fehleinkauf. Davon hatten wir viele leider in der Zeit. Bradley Cooper. Fand ich auch einen geilen Typ. War von 2008 bis 2011 der 1, 8 Spiele, 11 Tore, 4 Vorlagen. Aber ich finde, der ist nicht auf einem Niveau wie Ivo Ulich und Per Kluge einzusiedeln. Deswegen gehe ich mit Bradley Cooper auch bei Klassenerhalt. Thomas Galaschek war tatsächlich eine Rückrunde bei uns. Das war diese Saison, wo Roberto Colauti in der letzten Minute gegen Schalke noch das Tor gemacht hat. Unter Hans May und wir die Klasse gehalten haben. Deswegen gehe ich mit Klassenerhalt, weil der wirklich in der Rückrunde extrem wichtig für uns war. Er hat Stabilität reingebracht. Und Hans May, der den noch von Nürnberg kannte. Deswegen gehe ich mit Thomas Galaschek auf Klassenerhalt. Torben Marx. Ja, ist auch Klassenerhalt. War von 0,9 bis 0,15 bei uns. Hat immer einen soliden Part gespielt. Hat teilweise auch mal Chaka den Stammplatz weggenommen. Wo er noch ganz jung bei uns war. Da hat Chaka noch ein bisschen wild gespielt. Aber mehr ist das auch nicht. Also kein sportlicher Abstieg. Aber es war in Ordnung. Nicht mehr und nicht weniger. Ähnlich sehe ich es bei Roman Neustädter. Er war von 2009 bis 2012 da. Obwohl er eine sehr geile Saison gespielt hat, wo wir in die Champions League gekommen sind. Aber dann ist er halt zu Schalke gegangen. Und das war auch sein Ende. Aber sportlicher Abstieg ist das nicht. Was wieder Kreisliga ist, definitiv war Marcel Mewis. Von 0,9 bis 2011. Da ging gar nichts. Das war mit der schlechteste Kicker, den ich gesehen habe bei Borussia. Also den hättest du auch mit mir in die Kreisliga stellen können. Das wäre nicht aufgefallen. Und jetzt kommen wir an Harbert Nordfalt. Harbert Nordfalt, ja, Havi, 187 Spiele, 12 Tore, 11 Vorlagen. Von 2010 bis 2016 bei uns gespielt. Ist für mich nicht ganz oben anzusiedeln, weil da kommen gleich noch welche, die da eher hingehören. Aber mit Tendenz, glaube ich, zur Vorlinlegende. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, weil eigentlich ist er schon deutlich besser als Ivo Ulich und Pepe Kluge aus meiner Sicht gewesen. Aber ich lasse ihn mal mit Europa-Vokal mit Tendenz nach oben. Ja, Granit Xhaka, da müssen wir nicht drüber reden. Er hat von 2,12 bis zu 16 bei uns gespielt. 140 Spiele, 9 Tore, 8 Vorlagen. Aber wie gesagt, auf der 6 zählen auch einfach mal andere Werte. Zweikampf und Leidenschaft, Einsatz. Und das hat der Junge dann mitgebracht. Und er ist bis heute unser Rekordverkauf. Und ich sehe ihn doch über Harbert Nordfeld. Wo ich... Ich gehe... Ich tue Havi ganz hoch. Ich tue Harbert Nordfeld ganz hoch. Das tut mir sonst zu weh. Modahut reicht für mich nur für Klassenhalt, bin ich ganz ehrlich. Er hat von 2014 bis 2017 bei uns gespielt. 86 Spiele, 8 Tore, 16 Vorlagen. Der hat wirklich neben Xhaka überragend gespielt. Aber ist dann zu Dortmund gegangen. Hat sich davon wahrscheinlich noch mehr erhofft. Und hatte wirklich eigentlich nur eine gute Saison oder zwei bei uns. Und dafür ist es mir zu wenig, dass man ihn in den Europapokal schickt. Schreibt gerne mal eure Kommentare dazu. Aber ich sehe ihn eher auf Klassenerhalt. Chris Kramer. Da muss man nicht viel zu sagen. Ganz klare Fohlenlegende. 257 Spiele bis jetzt. 11 Tore, 40 Vorlagen. Ja. Dazu muss man relativ wenig sagen. Dann haben wir... Moment. Ich glaube, ich habe einen Zettel verloren. Ah, nee. Moment. Lars Stindl. Ja. Dazu muss man nichts sagen. 253 Spiele bis jetzt. 76 Tore, 60 Vorlagen. Da gibt es nichts. Ich hoffe, er bleibt noch ein Jährchen bei uns. Das wäre schön. Ja. Lars Lobenas. Muss ich, glaube ich, einen sportlichen Abstieg schicken. Weil, ja, der war von 2016 bis 2022 bei uns. 65 Spiele, zwei Tore, sechs Vorlagen. Hat es nie wirklich geschafft. Hat sich nie durchgesetzt. Ist jetzt beim HSV. Ich wünsche ihm natürlich nur das Beste. Aber das hat einfach nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Tobi Strobel hingegen. Gehe ich wieder mit. Klassenerhalt. Der hat immer einen soliden Part gespielt. 83 Spiele. Hat zwar nie ein Tor gemacht. Aber acht Vorlagen. Und, ja, das reicht dann für den Klassenerhalt. Kessons ist für mich 17 bis 19. 39 Spiele, 0 Tore, 3 Vorlagen. Wenn man mal seine Anlagen nimmt, die er hatte. Und wo er jetzt ist, gehe ich mit Kreisliga. Also, er hatte eine ganz ordentliche Saison gespielt. Er hat dann gedacht, er wird Weltfußballer, geht zu Bayern. Kickt jetzt in Venedig in der 2. Liga um den Abstieg. Also, dann würde ich ihn noch nicht mal auf einer Stufe mit Benesch sehen. Deswegen. Sportlicher Abstieg. Boah. Also, ich tue mich immer noch schwer, das Harvard-Nordfeld in Fohlenlegende zu packen. Ich glaube, das ist einen drüber. Ist einen drüber. Das ist schwierig. Zakaria finde ich auch schwierig. Zakaria finde ich auch schwierig. 2.17 bis 22 Bayerns, 148 Spiele, 11 Tore, 8 Vorlagen. Reicht das für Fohlenlegende bei Zakaria? Reicht das für Fohlenlegende? Meiner Meinung nach. Also, sportlich, ne? Sportlich muss man Zakaria... Ist es unfair, Zakaria... Also, wenn man es rein sportlich bewertet, wäre es unfair, Zakaria in den Europapokal zu packen. Weil er deutlich besser war spielerisch als Nordfeld, Ivo Ulig und Per Kluge, ne? Und deshalb... Boah, geht Zakaria für mich in Fohlenlegende? Ist natürlich auch nicht auf einer Stufe anzusiedeln, rein vom Standing wie ein Stindl, wie ein Schacker und wie ein Kramer. Ich muss mir das noch überlegen. Flo Neuhaus... Also, rein, wenn man mal auf die Statistik guckt, Flo Neuhaus, 155 Spiele, 21 Tore, 24 Vorlagen. Das ist schon brutal. Und ich kann ihn nicht auf eine Stufe mit Torben Marx, Tobi Strobl, etc. stellen. Deswegen geht der auf jeden Fall neben für mich in den Europapokal. Manu Kuni ist für mich sportlich aktuell schon in den Europapokal. Kann auf jeden Fall den Schritt noch gehen zur Fohlenlegende. Ja, und Julian Weigel kann man noch nicht bewerten. Ich packe ihn erstmal in den Klassenerhalt. Aber da geht wahrscheinlich noch einiges, wenn er bei uns bleibt. Der kann auch noch ganz nach oben aufsteigen. Und das ist mein Ranking. Das ist mein Ranking. Schaut es euch an. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich freue mich auf eure Rankings. Schreibt gerne eure Rankings in die Kommentare. Ich ruhe mich jetzt auch aus, damit ich nächste Woche wieder fit bin. Wie gesagt, am Sonntag nächste Woche macht der Shop zu. Es gibt natürlich immer eine weihnachtliche Dankeskarte zu jeder Bestellung dazu. BuschisBorussia.de Gönnt euch was. Die 1.900% Traditionskollektion zu Weihnachten. Und jetzt macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017